hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play lords of strömer wir stehen im tempel von nared wo wir wahrscheinlich wenn wir in der richtigen anderen leben die statuen so drehen müssen das sind die bitte schauen ja wobei das ja kein vielleicht ist also ich nehme auf an das wird so sein definitiv aber erstmal wollen hier die vampire besiegt sein der ist sogar ancient der ist richtig stark wahrscheinlich dann haben wir sind ziemlich schwach im moment wegen der falle achso er hätte mir vielleicht erinnern sollen da werden wir laden so ein bisschen spät die heilerin drin wir werden ja kein man auch nicht die mark er hat dann besser so gemacht sollte das ja kein problem sein die leute hier zu töten siehst du jetzt treffen wir sogar richtig gut auch das schwert mit den vielen blutungen warum tötest du nicht den großen zuerst aber weil die kleinen auch so sterben werden wir werden nicht versagen und die points ändern sich auch nicht dadurch ja gut läuft ja relativ zügig in die gruppe es ist nicht so dass man die statuen alle nehmen zu drehen müssen dann falle ich vom glaube ich bin ja der hinweis war ja eindeutig aus mit so viel mana raus das verstehe mal einmal wir werden sie heilen müssen nach dem nächsten falle über die wir laufen die so entdecken wir eigentlich nicht mehr so gut dann ist zu lange vernachlässigt ich sag's dir das entdecken ist fast maximal geskillt es war auf 29 von 30 zumindest haben wir die gefunden und natürlich auch klug mit auto gelöst 42 das ist eine menge aber ich glaube ich weiß was lange gehen erst nach oben dann nach unten und dann wieder ja bisher ist es nicht so schlecht könnte aber besser sein ja mein gott 42 da kann man schon mal den ein oder anderen niedrig auf bei lassen guck das hat nur 20 dafür ja das war viel schwieriger schwieriger ja dicke kohle so ihn lassen die mitte gucken ja das sollte also ja das war das was am ehesten die mitte ist die leichen das sind beide lehrt ja ja teleporter und alle gucken nach dem haben wir noch mehr ja gott sei denn drei tage und jetzt einfach wir sind einfach an der seite so sei geduldig und zurückhaltend und wir werden uns bald um deine müde kümmern sei arrogant und ungeduldig und geduldig und auch stählich und du wirst des tempels verwiesen ja nein lieber nicht sind wir lieber ganz langsam ja meinst du das hat da was mit zu tun ist ja ich meine es ja keine hier der uns rauswerfen könnte ohne armpust ich weiß es nicht müssen wir mal dann gucken zwei lichts wir müssen uns heilen vorher hm das können wir hier nicht komm her little one rot gelb oh glück haben wir so viel nahrung haben wir drei ganze tage noch dabei easy so was machen die die machen sich so kleine gehilfen ja so fängt es an die werden wir ignorieren und einfach die lichts angreifen weil wir können hier nicht alle töten können wir schon ja aber wir können nicht mithalten also die beschwören die schneller als wir sie töten können so deswegen buffen wir uns die queeren funktion ist ja wahrscheinlich nicht gegen dir nein die sind immer noch immun und tote schon bitter haben wir eigentlich die meteor-schauer gelernt ja weiß ja nicht welchen es trifft ne mach lieber ein ferne oder ein bisschen mehr was wir machen wir machen einfach die meteor-schauer und dann ärgern wir uns weil es die dich nicht getroffen hat wir machen einfach die meteor-schauer aber da haben wir nicht die chance dass beide getroffen werden ja aber ich sehe schon du bist das einfach sicher vernünftig können wir den eigentlich noch weiter verbessern ein meteor nein ne 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 ja ja wirklich nicht gut er hat sich so schlecht nicht gelesen es sind halt nicht mehr so viele gegner auf einmal na gut es sind ja mal nur drei gegen diese dämonen wurden da Ja, aber so Flächenzauber brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja nur noch Titanen vor uns. Und die Dämonen. Ja, und Dämonen, ja. Aber hier die Untoten sind ja egal. Dafür brauchen wir uns nicht mehr. Ja, halt hier gegen dieses Lumpenpack. Ich meine, die können ja nichts. Also, ihr könnt doch nicht angreifen. Das sind nervige Gegner, die sich. Ich muss das einfach sagen. So, hat ja nur noch 600 Läden. Ja. Viel einfacher würde ich als Leute beschwören. Glück ist dir die Winery, wenn es gut geht. So, wir klauen sein Mana. Komm hier, little one. Nee. Jetzt kann auch noch so hinlaufen. Doof. Ah. Vielleicht können wir von den anderen Leuten hier mehr absaugen. Vielleicht. Ah, das behindert ihn ja auch. Oh, er hat bestimmt noch drei Leben oder so. Sieben. Komm hier, little one. Ich wünschte, er würde so ein bisschen brennen. Oh, da wurde er doch vernichtet. Zerschmettert. So. Leider gab es keine extra Erfahrung für die ganzen Leute, die er geholt hat. Für einen kurzen Moment sehen wir, dass die magischen Mächte die Luft um uns herum erfüllt. Die Erscheinung. Ja, löst sich dann halt auf. Ich wollte das ein bisschen poetischer. Ja. Aber... Das ist klicklich gescheit. Ja, ich habe das Wort nicht gefunden. Ja, weil, wie ist es denn? Was führt da hin? Für, 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 fade. Schwinden. Ja, genau das habe ich noch besucht. Aber eigentlich war es noch ein bisschen, ein bisschen besser noch, was ich sagen wollte. Noch besser. Ja, ja. Oh, wir haben nur noch sieben Dietrich jetzt. Ups, da müsste... Zack und zack. Da, den jetzt aber... Ne. Ja. Nur wenn man darauf achtet. Ja. Da habe ich einfach mal vorausgesetzt. Also, keine Geheimtüren? Das stimmt. Bisschen noch gar keine, ne? Doch. Ja. Unten rechts, da hatten wir nämlich, äh, auch die Plakette gefunden mit dem Hinweis darauf, wie man das Ganze hier löst, mit den Statuen in die Mitte drehen. Denn da steht ja, dass die Wächter wieder, ähm, auf den Brunnen aufpassen müssen, damit er wieder erscheint. Was ist denn der Brunnen in der Mitte? Ja, das haben wir wanders gelernt. Na gut, dann gehen wir einfach mal in die Mitte. In das heile Wasser. Guck an. Stärke, Ixus. Gaulien. Ah. Skillpoint, Sintril. Ja. Denn der hat ja nur noch teure Zauber. Ah, teuer im Sinne von hohe Skillpunkte. Ja. Ah, Speed. Hm. Würde ich einfach Freya geben. Damit sie noch mehr dran ist. Medera. Ah, aber ob ich hier was sage oder nicht, es ist vollkommen... Wie denn noch mehr dran? Vollkommen egal. Er macht doch, was er will. So, Energie, Medera. Powerpoint, Sintril. Naja, der ist nötig. So, was ist denn da in der Mitte? Ah, na gut. Die beiden Dinger noch und dann schauen wir mal in der Mitte. So, mal gucken, wir sind aber fast voll geheilt durch das Wasser. Na, voll genug. Ah. Kerzen. Ah, ja. Aber hier sieht es aus, als ob da irgendwas hinkommt. Und wenn wir die letzte Statue trinken. Die ist bestimmt oben. Ha, wie klug ich bin. Ah, ja. So, hier haben wir auch eine Plakette. Und die Plage. Ah, ja. Geh durch den Pool oder durch das Becken mit deinem... Also geh barfuß durch das Becken, um deine Leiden zu heilen. Der Trinker von dem geheiligten Brunnen, um deine Seele zu reinigen. Na, ich glaub, das hatten wir schon mal. Kommen mir auch bekannt vor. Ja. So, aber wir gehen in der nächsten Folge nach Norden. Nach oben. In den nächsten Raum. Genau. Weil das bestimmt wieder so ein Kampf. Mit Sicherheit. Ich nehm's stark an. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr möchtet. 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 Wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank.